halli hallo willkommen zurück bei warcraft 3 auf alles furchtbar kommentiert ich bin daniel wir hängen in der nachtelfen kampagne wie ihr so schön seht im hintergrund da ist so eine kleine elfe die da in den wäldern steht und ja wir sind jetzt bei mission nummer 5 angekommen beim letzten mal haben wir mit sehr beschränkten ressourcen zu kämpfen und widerspawnden creeps und jetzt ich weiß nicht hundertprozentig was es für eine mission ist ich habe zwar eine vermutung aber wir werden es herausfinden am nächsten morgen innerhalb barrow deeps auf mount hyal also wir befinden uns am mount hyal und irgendwo im untergrund diese barrow deeps have remained untouched for nearly 3000 years still there is no telling what creatures may have taken up residence after we sealed these tunnels shut there is nothing to fear in this place the only enemy that has ever given me pause is now corrupting the lands above us let us be done with this business and get back to the surface agreed just be careful there is no telling how the druids of the claw will react to us after all this time so wir suchen jetzt also druiden noch mehr druiden äh können wir links und wir können oder rechts gehen ich geh mal nach rechts ich bin vorbereitet die goddess kalt was schreckt diese lande jemand schreckt die wilde ja natürlich man kann auch nicht scouten hier oben so ich wollte sowieso mal gucken was haben wir denn hier wir haben die klauen die klauen werden eigentlich besser für die andere und das int ist besser für den malfurion genau so stärke ist eigentlich ziemlich egal die regeneration ja gut das kann man nicht wegen der dings behalten mal schauen was da oben noch irgendwas da legen wir auch schon wieder das skelette rum aber nichts weiter zu sehen ah ok das heißt links oder rechts macht hier jetzt unten gar keinen unterschied anudora diese kaufspider sind enormes ich sensere eine strange schmerzen die sie sie wurden transformiert durch eine große Wege jemand trägt sich allein ich hebe die Welt ich bin vorbereitet ich bin vorbereitet ich bin vorbereitet ich bin das ich bin vorbereitet ich bin vorbereitet ich bin vorbereitet Strollerfeeling, auch wichtig Die Gotteskolle Also verlaufen werden wir uns nicht, ach cool Die Druiden haben schon Wirbelstürme Wir müssen noch auf C liegen, wenn ich's hab Wenn ich's nur richtig im Kopf hab Cyclo Ich bin bereit Der Arscher wieder hier Können wir nicht aus dem Pilzen irgendwas machen? Ne Witzig ist, man kann diese Netze dispeln Oder die werden dispelt Die Gotteskolle Habt ihr vielleicht auch gesehen in der ein oder andere Mission schon, seitdem ich die Dreaden hab Ich dispelle ab und zu so ein bisschen was Aktiv, speziell diese Beschwörungen Die Gotteskolle Someone kommt in die Wälder Von einem Als die Gotteskolle Die Gotteskolle Ich bin bereit Ich hebe die Wälder von einem Lund Mit den Wurzeln kann man auch z.B. den Blizzard unterbrechen Das war so'n sauberne, ähm Im Multiplayer war das immer ziemlich wichtig, sowas zu unterbrechen, speziell als Nachtelf Someone kommt in die Wälder von einem Lund Die Gotteskolle Die Gotteskolle In die Gotteskolle Ich bin bereit Die Gotteskolle Die Gotteskolle In die Gotteskolle Leider nicht Genau, sehen kann man nur nicht was machen, wie er nun Du musst es doch Okay, weiter geht es dann wohl nach Süden, einmal mehr. Respektive, wir haben da im Osten noch ein bisschen mit Leidenschaft. Hallo, große Spinne. Spinnendrängen? Was macht der Spinne? Oh, mal kurz. Agi. Dann nehmen wir lieber die Klaus, glaube ich. I heed the voice of a loon. The land and I are one. The goddess calls. Enlighten me. Step by step. I should go out with it. Geh mal hier weiter. I heed the voice of a loon. The goddess calls. I heed the voice of a loon. I heed the goddess calls. I heed the goddess calls. Ach, haben auch noch irgendwas gì. Ashetorah. I heed the voice of a loon. I heed you. Someone to be the loon. Oh. I heed the goddess calls. Ashetorah. I heed the voice of a loon. I heed the voice of a loon. Ein Vorsitzender. Dieu selbst als die wie möglich. Das ist die Schmerer welche souls zu verlieren. Wenn die Schmerer den Otwaren dieser schmerzen werden, den Flöden die Schmerer die die durchsyaszego treten bringen. Diese Schmerer werden sollte. Das ist die kostet. Einer bereit ist. Ich werde mich loswerden. ND! Schmerer! So, ich guck nochmal mit Malfurium hoch, was da noch ist. Ob da noch was ist. Da haben wir nämlich auch noch was übersehen. Hier geht's nämlich nach unten weiter dann. Mal mehr spinnen. Ah, Moment mal. Malfurium levelt ja. Das ist ja sehr gut. Dann sollten wir gleich Heilung haben. Seht ihr gleich, da kommt dann was ganz Gutes. Kann man hier was freilegen? Das sieht so verdächtig aus. Das ist ja gut. Können wir dann holen? Ja, Moment mal. Moment mal. Das schaut mir ganz stark aus, wenn man da irgendwas freilegen könnte. Wo geht's denn da hin? Oh. Oh. Hallo. Wow. Der größte Panda ever. Ich hebe die voice of Elune. Oh. Die goddess. Nein. Ich hebe die voice of Elune. Wollen wir den Raustropfen? Das muss ich gegen Marie, alles klar Der lässt sich ja wahrscheinlich mal ein bisschen ausdrücken, oder? Ich kann Tyrande ja noch drauf schießen, wenn das so ist Den größten, den habe ich noch nie gesehen Aber das war so auffällig hier, dass hier, da war noch so eine helle Fläche hier hinten dran So, dann packt er mich in die Falle, oder? Komm, komm, was sagst? Was denn heute, ne? Spellimmunity? Oh, und wir haben Sternregeln Spellimmunity Oh je Dann machen wir das hier weg Die Frage ist, für wen ist das jetzt besser? Eigentlich profitieren da beide von Okay, jetzt haben wir jetzt zumindest mal ein ziemlich geiles Item hier Meine Bedeutung Erleicht mich Jetzt können wir etwas entspannter hier weitergehen, denn wir haben jetzt wieder eine Heilung am Start Erleicht mich 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 Ein Christ Old Priestess We need your help Our Shaman was bitten by a strange spider and has become deathly ill Our tribesmen have run off, leaving us to fend for ourselves What would you have us do? The waters of the nearby Fountain of Life can save him, but we dare not leave him in this state If you can fill this vial with its waters and return it to us, our Shaman's life will be saved If his wisdom will prevent you from turning Pharaoh like your tribesmen, I will gladly save your Shaman Ashrithoramani Remove with it The god of the mountains Where are there in mine? Where are there in mine? Someone threat to the wilds I have prepared for Carlin rope I hit the voice of Elune I hit the voice of Elune Yes we have! It's a huge deal Ashrithoramani Schicken wir das mal vor her I hit the voice of Elune Ashrithoramani Ashrithoramani Oh, er flicks Hat er mich ausgedricks Eine Einheit übernommen, oh ne Ist das fies So, wo ist denn dieser Brunnen denn jetzt Hier unten Ich glaube, das geht wo ein bisschen gerade, Moment mal Ich glaube, hier geht dann die Hauptmission weiter Gucken, was wir hier finden Ah, ja Hulala Wissen Sie nochmal irgendwo, nö, ne Pilze gibt es ja auch keine Nicht so wirklich Nicht in ausreichender Menge So, da haben wir die Heilung Ja, dann machen wir doch schnell das mit der Heilung Und dann nehmen wir mal hier den kleinen Trank da ab Holen die Viole Laufen da hin Machen sie voll Tyrande guckt da oben Mal ob da noch irgendwas ist Moment mal, da ist bloß ein Stein Der aber nichts beinhaltet So, Malfurion Tanzen Sie mal an hier Hoffentlich ist es wenigstens wert Ich würde so geile Items haben, wenn wir mit einem Orks Hallo Wo rennst du hin? Nicht im Kreis rennen Hier, auf, runter Has sleep dulled my senses Dulled my senses Elune be praised, Priestess Truthfully we doubted that you'd return Now our Shaman has a chance Ah ja, genau Ja doch, es ist ganz brauchbar Genau, da kann man jetzt dreimal jeweils einen Verbeug Beschwören So, ähm, oh ja Ich weiß, was kommt The pathway cuts off to the south But this doorway looks promising Oh no How could I have forgotten? What is behind this door that worries you, my love? This door leads to Illidan's prison, Tyrande We should go Now Illidan? It's been ten thousand years Could he still be alive? We should free him, Furion He would be the perfect ally Against the undead And their demon masters No, Tyrande That beast must never be set free But he is your brother Be that As it may He is far too Dangerous I forbid it Only the goddess May forbid me anything I will free Illidan Whether you like it or not Ja Something is a miss For Kalimdor Dann gehen wir jetzt mal ohne die Rande weiter It shall be done Super Äh, meint Dann speichere ich an der Stelle jetzt einfach nochmal sicherheitshalber Halt, 13 hatten wir schon 14 Und gucken mal weiter Anodora Ich weiß nicht, ob wir irgendwann auch mal die Rande spielen Ich glaube schon Anodora Bin wir aber nicht tausendprozent sicher Oh nein, da sind wieder Geister Da sind wieder Geister The land and I are one Something is a miss Aesthetic wretch Has sleep Halt your senses Friends in this land Something is a miss Aesthetic wretch Nicht, dass der da wieder irgendwas beschwört Oder uns Eine Einheit wegnimmt Has sleep Halt my senses What threatens these lands Are we being invaded? There is something hidden I Making trails Has sleep Halt my senses Okay Gut Dann gucken wir mal nach vorne Was haben wir da Ein Zirkel der Macht Und da oben haben wir noch ein paar So kleine Creeps What threatens these lands Keine Reins Ich heil mal noch meine Einheiten Beziehungsweise die Eintreade Das Schöne an Gelassenheit ist Das hält ziemlich lang Und hat einen relativ kurzen cooldown Verhältnismäßig Klar macht Sodium in der Zeit nichts anderes Aber die Heilung ist halt schon wichtig Was ist da noch was? Moment mal da geht's ja hinten auch noch lang Ja Halt mal Ein kleines Monster Oh, ein Dispelstab Und da durch Was könnte ich denn ablegen Für den Dispelstab Drei Inns Ne, den möchte ich schon behalten Nehmen wir den Pot Den legen wir hier weg Damit kann man negative Effekte dispeln Das ist ein seltenes Gut hier in Warcraft 3 Zumindest mal in Reign of Chaos Oh, was war da da schon wieder auf uns? Moment mal Das ist mir ganz gut wenn der auch vorne stehen würde Und blockieren würde Klau und sagen das muss neun Jetzt wird's aber langsam Haben wir die Heilrolle raus Komm, hauen wir die Heilrolle raus Wir haben ja Tranquility hier Äh, so Wo geht's denn da unten? Ah ja Mana, Mana Brunnen Können wir mal eine kleine Heilpause einlegen? Und wir das Mana auffüllen Ja, die 500 Mana brauchen ein bisschen bis sie aufgeladen sind Und wir haben eine Vöckerung noch Warte, der hält noch Ich glaube da oben müssen dann irgendwo die Bärenruiden sein Gehen sie mal vor Ich brauche da einen kleinen Panzer Was ist das? Was ist das? Die Land und ich sind Oder wo? Was ist das? Ist das eine andere Bärrunde? Ist das eine andere? Oder weil sie haben plötzlich Die Leute, die sind halt Und die Bärrunde Die Leute in die Flamen Die ist die Leiter Es wird getan werden. Ashterudarador Das Feenfeuer, was man hier so sieht, das macht die Einheiten sichtbar. Das ist ein sehr guter Scout, bzw. fast schon ein bisschen overpowered, weil ich weiß gar nicht wie lange das anhält. Aber das war glaube ich auch irgendwann mal im Multiplayer ein Thema, dass das halt zu lang ist. Und dementsprechend man halt eigentlich, sobald man Druid of the Thailands hat, also diese, diese, was sowas. Keine Ahnung, Fallen, Clown Druiden, Clown Druiden. Dann... Ja, sieht man eigentlich immer, was der Gegend gemacht hat, oder macht. Something is amiss. Ah, die Druids of the Claw are awake already. Kommt, meine Brüder, wir haben viel zu tun. Was? Sie haben sich verloren zu ihren animalen Aspekten. Sie sind mindlos und feral. In the Raven's Name. Huiii! Ja, natürlich. Wir müssen da wieder irgendwo durch, ne? Jetzt sind meine ganzen Bäume wieder weg? Aber das Mana ist auch weg. Na wunderbar. Die Lande und ich sind eins. Äh... Tangling Roots. Ah ja, passenderweise haben sie das Feenfeuer automatisch ausgemacht. Das ist das. Das sind die Lande und ich. Das ist das. So, wo müssen wir es durch da hoch? Das ist so süßig aus, ne? Alle Bären fliegen hoch! Äh, Moment. Falsche, falsche Abbiegung? Hä? Hey, Schlafmüssen. Lass mich doch mal durch. How dare you? Press the attack! Jetzt können wir durch hier. Was ist das, was wir gesucht haben? Ich hoffe immer. Was ist das? Was ist das? Schlafmüssen ist ein Mist. Hi! The land and I. Are we being invaded? No. 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 Oh ja, den können wir in der Zwischenzeit nur einwerfen dann. Ist der richtige Weg? Das muss der richtige Weg sein. Ashterodonador. Anudora. Meerpärchen. Ashterodonador. Es hat begonnen. Die Lande und ich sind eins. Was beschränkt diese Wälder? Ich bitte. Das ist ein Vergnügen. Und das Schlaf verbringt meine Säenzen? In mir. Hallokschön, sind wir weg da? Es wird geblieben. Press den Atacke! Das Land und ich sind eins. Jetzt müssen wir noch durch sein. Jetzt müssen wir noch durch sein, ne? Komm mal einmal ins Thorn blasen. T 那o Dora. It shall be done. Shanto Stormrage, I don't know what came over us. It's been so long since we remembered who we were. All is well, Theroshan. I have need of you and your mighty brethren once again. After these many ages, the Burning Legion has returned. And only our combined strength can drive them back. Then we, Druids of the Claw, are yours to command, Shanto Stormrage. Ah, let's go now. Ha. The goddess granted that Furion was wrong. Your quest is foolhardy. Even your goddess has condemned the one you seek to free. Okay, Moment. Wir speichern nochmal. Jetzt wollen wir den ersten Teil der Quest oder das Dienst hier schon haben. I hear the voice that I hear. Someone tells a riot. Anudora! In the name of Cenarius! Yes! The goddess called. Asher Thoramad. So be it. So be it. So be it. Immediately. So be it. Immediately. As the goddess will. As the goddess wills. So be it. As the goddess wills. Oh. As the goddess wills. climbed bist du? Come on, come here here. Asher Thoraman. Asher Thoramad. Asher Thoraman. Asher Thoraman. So be it. By Elune. In the name of Cenarius. In position. Someone Deixa Male beholde. Was hier nicht irgendein Wissen zu holen gibt, weiß ich auch nicht. Hä? Was sind denn das für Lune da oben? Machen die irgendwas? Die stehen halt sonst da, oder? Hier ist doch irgendwas zu holen. Echt jetzt da? Da ist nichts? Aber wirklich gar nichts? Warte mal, das klingt wie so eine Falle. Warte mal, das klingt so. Bei der andere Lune auch schon da? Das klingt fast wie ein... Ich wusste, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Als die Götter wills. Werden die Wissen schützt? Die Götter wills. Ashrithoramaha. Bei allem. So blöd. So blöd. Ich bin aber bei der Götter ist mir nicht sicher. Als die Götter wills. Na, hinten eingespart Das ist aber schade Was gibt's hier? Natürlich, Skelette, Skelette in Kisten Da ist auch wieder was Oh, da sind Schwestern Schön Diese Verstärkung tut gut Achso Da hinten müssen wir auch noch hin Und dann geht's da aber weiter So be it So, die Chefin guck mal vor Kleinen Moment So be it O Kalimdor I hear the voice of Eluna As the goddess wills I hear the voice of Eluna I hear the voice of Eluna Dann machen wir hier die Kisten weg Anu Dora Asher Thorama Killing once Sehr gut Moment mal Bei Eluna Inventory is full Äh, ja Ne, dann belassen wir das da dabei Machen wir das so Du Jägerin, gehst mal da oben rein Und ich stell mich doch mal hier oben drauf Achso, das ist schon offen Man musste nur einmal Achso, okay Ich hear the voice of Eluna Schön, schön, schön Schön, 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 schön Ratten, die mir nix zu tun Ratten, die mir nix zu tun Das ist ja wie der Kammerjäger Bei Eluna Da gibt's auch nix Sie haben sich hier wohl ein bisschen Die Zeit verbracht hier, die Zeit 10.000 Jahre mit Kattenspielen oder sowas Bei Eluna So ein Engang hier Komm, Chefin guck vor Chefin guck vor, hab ich gesagt Die Chefin guck vor So Lassen sie mich durch Oh, die schlafen alle Na, dann machen wir doch mal eine Brasche von Eluna So be it Vokalumdor Ashrathoramain Bei Eluna Die wütend, weil ich sie aufgewirkt hab Ashrathoramain Aludora Someone threaten the wilds The goddess calls Someone threaten the wilds So be it A cache of the watchers weapons These should help us considerably So be it By Eluna Ah Cool Die Kläfen des Upgrades Ashrathoramain The goddess calls War doch für was gut Ouh I read the voice of Eluna Someone could be the wild I read the voice of Eluna Ashrathoramain The goddess calls Or Kallumdor In the name of Cenarius Ashrathoramain The goddess calls Ach, die können wir angreifen Oh, das zockerwurzel machen Ach, wie sehr schön Die haben da auch Schlechtregendes Getreide drin Das ist ne Falle, ne? Das ist ne Falle, das ist ne Falle, natürlich ist ne Falle Zwei Hitpoints pro Sekunde, ja Da rollen die Hitpoints nämlich wieder hoch jetzt da Die Gotteskolls Someone threatens the world Die Gotteskolls Ashri Thoraman Die Gotteskolls Ashri Thoraman Wir kriegen den Wolf Loki Moment mal, dann bauen wir die Gruppe jetzt rum Wieso haben wir den Wolf bekommen? Ashri Thoraman In the name of Sanarius The goddesskolls Anduli Rebbe Someone threatens the wild The goddesskolls I keep the voice in your mark Jetzt haben wir hier so ein Healing Teil Das sind 150 Hitpoints glaub ich Die Agi Dinger da weg Ja, gibt's 150 Hitpoints Gut, weiter geht's Die Chefin guckt vor The Treants move to block my path Only a powerful Druid could command such creatures Someone comes around Ah, da ist ja ein Tor Warte mal, da ist noch eine Kiste Vielleicht kannst du das sehen Da ist nichts drin Bei Elune Gut, dann Gehen wir durchs Tor Ich speichere nochmal Sicher ist sicher So, jetzt Hier Jetzt wird hier mal der Pussy Modus nochmal eingeschaltet Oh Halt rum Da kommt doch jetzt wieder irgendwas Ich guck mal mit der Chefin vor So be it Okay, dann ist hier unten nochmal Irgendwas zum Freimachen Eine volle Eine volle Was gibt's da? Goblinlandmienen? Was gibt's da? Goblinlandmienen? Was gibt's da? Goblinlandmienen? Oh kallandoor Blumenlandmännann Ja, was machen wir denn damit? So geht es. Immediately. Bei Elune. Ach komm, wir haben ein bisschen Spaß mit Minen. Wie viel laufen denn da durch? Alle? So geht es. Bei Elune. Dann legt man die auch noch. Dann haben wir hier gleich mordsmäßig Spaß. Wie viel lief von der Wendy goes oder was denn das? Oh, komm. Hat er jetzt alle schon weggemacht? Ne, eines noch unter. So, komm mal her. Oh, Kalimdor. Wie die Gottes will. Hallo. In the name of Cenarius. Hallo, komm mal hier. Ups. Eine haben wir, glaube ich, noch. Wie die Gottes will. Komm her. Wie die Gottes will. Kommt man, glaube ich, alle aufgebraucht, ne? Oh, 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 oh. Moment mal, was sehe ich denn da? Da sehe ich doch was. Kommt man denn da auch hin? So be it. Da? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Wie die Gottes will. Wie die Gottes will. Bei Elune. Shrithoraman. Äh. Wer found the shrine of the Uberfish? D-d-d-d-d. Äh? Wo geht denn das andere Portal hin? Geht auch wieder da raus. Okay. Jetzt habe ich aber schon wieder so ein... Ja gut, jetzt habe ich schon wieder so ein 3-in-Ting. Naja, egal. Wir gehen mal gegen den Weg. Das ist, glaube ich, von der Positionierung her leichter. Falls da noch irgendwas kommt. So, was haben wir denn da? Nein, 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 nein. Der Wolf, der Wolf muss am Leben bleiben. Der Wolf muss am Leben bleiben, habe ich gesagt. Boah, jetzt geht er nicht weg hier. Oh, schade. Oh, schade. Someone threatens the wilds. Wolf könnte ja... Wolf könnte ja... Wolf könnte ja nochmal zu den Brunnen schicken. Wo war der? Achso, der ist zu weit weg, oder? Ne, hier ist er. Someone threatens the wilds. Ja, halt dann mal. Währenddessen machen wir ein bisschen weiter. Ich glaube, der Wolf wird auf dich. Sehr schön. The goddess calls. Ist da noch irgendwas? Speak your mind, Ashtoramon. The goddess calls. Hold, Priestess. This place is forbidden, even to one such as you. There is a terrible evil here that must remain chained beneath the earth. Illidan was considered a great hero once. I believe he will become one again. Madness. You would doom us all by freeing the betrayer. The goddess calls. As the goddess wills. Na, komm. Indu and Rethat. So be it. By Elune. Kommen sie her, ich hab ne Überraschung für euch. As the goddess wills. Nein. Someone threatens the wilds. Jetzt kommen wir mal hier und sterben, sehe ich noch mal rein, voller. Woos, der Wolf, der Wolf war den, der Wolf war den getötet. Loki ist der Beste. Hallo, Illidan. Illidan. Ich bin in need of you once more. Because I once cared for you, Tyrande, I will hunt down the demons. But I will never owe our people anything. Then let us hurry back to the surface. The demons' corruption spreads with every second we waste. Furion. It has been an eternity, brother. An eternity spent in darkness. Illidan. You were sentenced to pay for your sins. Nothing more. And who were you to judge me? We fought the demons side by side, if you recall. Enough of this, both of you. What is done, is done. My love. With Illidans' help, we will drive the demons back once again and save what is left of our beloved land. Have you even considered the cost, Tyrande? This betrayer's aid may do much all before the end. I will have nothing to do with this. Yeah, auch Illidan werdet ihr vielleicht wissen, wenn ihr Warcraft-Modcasts jetzt seid. Eine sehr geschichtsträchtige, eine sehr wichtige Figur. Nicht nur in Warcraft 3, auch darüber hinaus. Ja, und den werden wir auch nochmal steuern, nämlich ich glaube in der nächsten oder übernächsten Mission, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall kommt er nochmal, oder dritte nochmal in Aktion und wenn das soweit ist, dann seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt Warcraft 3 bei alles, was euch kommentiert. Bis dahin, macht's gut, tschüss.